Hey ihr Lieben, ich bin Ivy und ich freue mich, dass ihr es zu meinem Channel LARP Gelaber geschafft habt. Ich werde euch hier alles Mögliche über LARP erzählen, über alles, was ich schon so an Erfahrungen zu dem Thema gesammelt habe. Ich selbst larpe schon seit langem. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre es inzwischen sind. Und werde euch da eben alles erzählen, was ich dazu so weiß, was so meine Meinung ist. Werde euch auch den einen oder anderen Tipp geben. Ihr werdet Schmink-Tutorials bei mir finden zu bestimmten Sachen. Ein Thema, was mir besonders am Herzen liegt, sind die Zwielände. Vielleicht habt ihr davon schon gehört. Die Zwielandsaga ist eine neue Großkon-Reihe und auch zu der werdet ihr bei mir einige Infos finden. Falls ihr für mich irgendwelche Anregungen habt oder Fragen an mich habt, werde ich versuchen, die in meinen Videos zu beantworten oder in meinen Videos umzusetzen. Also scheut euch nicht, mir einen Kommentar zu schreiben. Ich hoffe, wir sehen uns abwärts häufiger und ja, bis dann! los bis dann! ja